Moin Leute, ich melde mich gerade hier aufs T-Plitz. Ich wollte euch nur kurz etwas zeigen. Und zwar, eigentlich produzieren wir nur auf Bestellung. Das heißt natürlich, dass wir eine gewisse Lieferzeit haben. Falls ihr nicht warten möchtet, sondern euer Produkt sofort bekommen wollt, innerhalb von drei bis fünf Werktagen, dann könnt ihr mal hier schauen. Ich zeige euch das einmal. Also zum Beispiel den Rugewitt jetzt in XXL, den haben wir ja also gar nicht auf Lager. Da haben wir auch keine Retoure gerade zufällig da oder sowas. Und dann brauchen wir eben eine gewisse Zeit, um den zu produzieren. Aber in Größe M zum Beispiel, da haben wir ihn auf Lager. Wenn ihr die Größe M anwählt, dann seht ihr hier, der LKW wird halt hier grün. Und die Lieferzeit ist nur noch drei bis fünf Werktage. Und dann zeigt euch das System hier unten eben auch an, okay, was haben wir denn noch auf Lager in Größe M. Das wäre hier einmal Oliv oder eben in Bordeaux-Farbe, Kontrastfarbe, hätten wir ihn halt auch auf Lager. Ihr könnt das anwählen, in den Warenkorb legen und in drei bis fünf Werktagen habt ihr dann euer Produkt zu Hause.